Überleg mal, wie viel Zeit der Smolik insgesamt hatte, sich aufs MMA umzustellen. Das wird nichts mehr ohne komplettes Mindset-Changing. Ich glaube nicht, dass es die Fähigkeiten von Smolik sind, die ihn jetzt aufhalten, sondern ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es seine Psyche ist, die ihm jetzt die größten Probleme bereitet. Smolik hat in seiner ganzen Kickbox-Karriere ja nur gewonnen, sag ich mal, bei den Profis. Weil er hatte halt gewisse Manager, die ihm gewisse Gegner vor die Hände, Füße und alles gestellt haben, die er besiegen sollte. Es war ganz klipp und klar geplant, dass er die besiegen wird. Und das waren auch meistens Gegner, die gekommen sind, sag ich mal, um sich besiegen zu lassen. Das baut halt ein gewisses Ego auf oder ein gewisses Selbstbewusstsein. Und wenn du dann zum Beispiel ins MMA gehst und dann bekommst du auf einmal einen Gegner, der nicht gekommen ist, um dir ein Easy-Match zu liefern, sondern einen richtig harten Kampf. Und dann verlierst du sogar gegen den, kassierst dabei richtig, richtig harte Treffer. So hart, dass du dann wirklich, man hat es ja in dem Video gesehen, du hast eine Gehirnerschütterung, du bist dann die ganze Zeit nur am Kotzen, du hast Schmerzen überall am ganzen Körper, du fühlst dich elendig und so. Das ist etwas, was sehr viele Fighter psychisch extrem beeinträchtigt. Und die haben dann wirklich große Schwierigkeiten, wieder zurückzukommen auf das Niveau, auf dem die waren. Jedes Mal, wenn die dann in den Cage oder in den Ring steigen, denken die immer an das, was in dem letzten Kampf passiert ist. Und das hemmt die dann extrem. Und ich finde, man hat es halt gestern einfach gesehen. Und dann halt eben die Tatsache oder das Zusätzliche, dass Smolik einfach nicht so gut boxen kann und dann versucht hat, boxerisch mit den Händen Edelson Franka von sich fernzuhalten. Gameplan-technisch auch leider halt ein Riesenfehler. Ich sehe für Smolik keine Zukunft, wenn er nicht endlich mal wirklich seinen Boxen verbessert. Er hat nicht mal versucht, aus der Situation rauszukommen. Er hat einfach aufgegeben, als er runtergeworfen wurde. Wie gesagt, man weiß halt nicht, wie hart dieser Treffer war, der ihn da erwischt hat. Vielleicht war er extrem angenockt, wusste nicht mehr genau, was passiert ist, hat nur noch versucht, sich zu verteidigen. Schauen wir mal, ob er es schafft, sich aus diesem Loch wieder herauszukämpfen. Ganz frei raus, wie fühlst du dich nach dieser Niederlage? Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht richtig, was passiert ist. Kein Plan, wie er mich erwischt hat, kein Plan, wie ich runtergegangen bin. Ich war irgendwie versteinert in dem Cage, aber sei ihm gegönnt auf jeden Fall. Das ist halt genau das, was ich vorhin gesagt habe, oder? Dass er nicht ganz so fit war, vielleicht wie sonst, was das Mentale angeht und zu nervös, zu ängstlich in diesen Kampf reingegangen. Und wenn du halt so unter so großem Druck in den Ring steigst oder in den Cage, dann ist es etwas, was dich echt easy mal einfrieren lässt. Überlegt mal kurz, was mit Manuelsen passiert ist. Als der Kampf losgegangen ist, hat gefühlt alles vergessen, was er boxerisch eigentlich konnte im Kampf gegen Bösemann. Bösemann hat einfach nur, ne, wild drauf geprügelt. Hat sich gedacht, ey, scheiß auf alles, ich prügel einfach drauf und irgendein Treffer wird schon landen. Und Manuelsen war mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache. War irgendwie auch ein bisschen so versteinert vor dem Publikum, vor dem Livestream und so. Und konnte das, was er kann, nicht in den Kampf mit reinbringen. Und so ähnlich ist es halt jetzt hier, nehme ich mal an, auch bei Smolik gewesen. Ich denke, was alle interessiert hier in Deutschland, wie geht es weiter für dich? Oder ist jetzt erstmal der Reset-Button angesagt? Du, ich weiß es nicht. Ich muss erstmal mir den Kampf anschauen. Die Vorbereitung war eigentlich super. Klar, der Cut war hart. Ich habe 22 Kilo gemacht insgesamt. Aber darauf will ich es gar nicht schieben. Ich weiß es nicht. Also ich muss jetzt erstmal wieder runterkommen und mir den Fight anschauen, aufarbeiten und dann mal schauen. Aber ich finde, eigentlich sieht er sogar echt fit aus. Muss man ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie viel Gewicht da jetzt er gerade in den Kampf mit reingenommen hat. Ich würde mal behaupten, es sind wahrscheinlich so, wenn er auf 87 Kilogramm gecuttet hat, wird er bestimmt wieder so knapp 10 Kilogramm draufgepackt haben danach. Also ich gehe davon aus, dass er jetzt hier gerade im Cage mit ungefähr 96, 97 Kilogramm steht. Am Tag der Waage sah er aus wie eine Leiche. Du, ich weiß es nicht. Ich will da auch gar keine Ausreden suchen. Edizon hat das super gemacht. Mein Gameplan komplett zerstört. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bewegt habe. Ich habe gerade gar nichts im Kopf irgendwie. Es ist wie schwarz. Und von dem her, kein Plan. Also ich weiß nicht, woran es gelingt. Respekt an dich, dass du dich trotzdem äußerst. Ich möchte dir auch nochmal die Chance geben, dich zu äußern vor deinen Fans. Was möchtest du den Leuten sagen, die heute Abend für dich gekommen sind? Ja, was soll man sagen? Das ist Kampfsport. Da gibt es einen Sieger und einen Verlierer. Einer muss als Sieger aus dem Cage gehen und einer muss als Verlierer aus dem Cage gehen. Natürlich hätte ich gern gewonnen. Ich habe sehr, sehr viel in das Training gesteckt. Ich habe auch in der Vorbereitung diesmal alles richtig gemacht. Es hat eigentlich alles gepasst, vom Mentalen bis zum Kraft, bis zum Sparring, Boden, alles. Aber manchmal soll es einfach nicht sein. Und ich gönne mir Dilsson den Sieg. Er hat das gut gemacht. Und er ist der verdiente Sieger und nicht der verdiente Verlierer. Und so geht es weiter. Die Welt sieht nächste Woche ganz anders wieder aus. Ja, aber immerhin respektabel. Er sucht keine irgendwelche Ausreden. Er sagt nicht so, keine Ahnung, der Flug war scheiße, irgendwas war scheiße, der Cut hat mich gemacht. Er sagt halt, ey, pass auf, ist halt so, ich habe verloren, alles easy. Auf jeden Fall eine respektable Einstellung. Auch wenn man verloren hat, auf jeden Fall Kopf hoch und keine Ausreden suchen oder irgendwas. Sondern halt hinnehmen, wie es ist. Ganz einfach. Ist so. Ich feiere das immer gar nicht, wenn jemand verloren hat und dann anfängt irgendwelche Ausreden zu suchen. Ach, das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt. Ja, schön. Bei dem anderen haben bestimmt auch viele Sachen nicht geklappt. Und trotzdem hat er es geschafft, irgendwie durchzuziehen und den Kampf dann zum Beispiel zu gewinnen. Ja, deswegen einfach hinnehmen und sagen so, ey, pass auf, so war das. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Ich schaue mir das an, analysiere meine Fehler und beim nächsten Mal werde ich das besser machen. Sehr, sehr schöne, sehr, sehr sportliche Worte. Vorletzte Frage von mir, weil ich das schon im Publikum gehört habe tatsächlich. Es geht definitiv weiter für Michael Smollig als MMA-Kämpfer. Klar, ich muss mich erstmal ein bisschen erholen, also vom Kopf her. Ich bin ja Gott sei Dank nicht verletzt. Sieht nicht mal ganz so schlimm aus, wie beim letzten Kampf gegen Edilson. Und ja, dann erhole ich mich und dann geht es weiter. Edmond, denkst du, du würdest Smollig klatschen? Ja, nicht im Kickboxen, nicht im MMA, aber ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt. Ein reiner Boxkampf würde ich gewinnen. Es ist noch so eine Sache, bei der ich von Anfang an extrem Kritik und Gegenwind bekommen habe von vielen Leuten. Das ist meine ehrliche, hundertprozentige Meinung. Ich weiß nicht, warum die Leute da so gelacht haben damals oder dachten, dass ich irgendwie da Späße mache oder irgendwie mich selbst überschätze. Aber ich bin wirklich zu tausend Prozent überzeugt. Wir reden jetzt nicht von MMA, wir reden jetzt nicht von Kickboxen. In beiden Disziplinen würde er mich wegmachen. Aber ich rede jetzt nur Boxen. Stand-up, Boxen, sechs Runden, keine Ahnung, acht Runden, was auch immer es sein sollte. Ich werde gewinnen. Ich denke, dass man besonders jetzt nach diesem Kampf nochmal so eine Bestätigung dafür hat. Weil ich behaupte immer, ich boxe auf jeden Fall besser als Edilson. Ja, ich bin technisch besser und ich behaupte, dass ich mindestens, wenn nicht sogar, vielleicht sogar härter haue als Edilson. Ich bin explosiver und Boxen ist halt meine Disziplin. Kein Nachtreten oder irgendwas Respektloses, irgendein Scheiß oder so. Das ist jetzt wirklich einfach nur ganz neutral, nüchtern, meine Meinung zu diesem ganzen Ding. Ich kann halt nur sagen, dass jeder, mit dem ich den Ring schon mal geteilt habe, der ein bisschen davon mitbekommen hat, wie ich boxe, die sind halt auch oft alle der Meinung, dass ich diesen Kampf zum Beispiel auf jeden Fall gewinnen würde, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte. Welcher Box-Deal passt zu Smolik, Edmond? So ein Mohamed-Ali-Box-Deal muss er machen. Er ist ein flinker Typ, hat eine gute Beinarbeit, er ist athletisch, explosiv. Ja, das ist alles optimal für so einen von der Außenbahn heraus, schnell Jab raus, ne, um den Gegner herum bewegen. Das ist der Stil, den er benutzen muss. Ein anderer Stil würde jetzt nicht zu ihm passen, würde seinen restlichen Kampfstil kaputt machen. Smolik müsste so trainieren, dass er von der Außenbahn mit kurzen Führhänden, ne, schnelle Hände, zack, zack, zack arbeitet, immer die Distanz etabliert und dann aus der Distanz, die er mit den Händen etabliert hat, kann er dann mit den Kicks arbeiten. Bei der Waage haben wir gesprochen und ihr habt ganz offen gesagt, der Gameplan ist, wenn es irgendwie geht, wollen wir ihn runterholen, wir wollen das Jiu-Jitsu, wir wollen den Bodenkampf ausspielen. Jetzt hat er ihn ausgerechnet im Striking besiegt. Alle haben gedacht, alle hier in Kampfsport Deutschland, Michael Smolik ist der größere, der längere Kämpfer, der bessere, der erfahrener. Ja, dieser linke Haken hat gut reingekracht auf jeden Fall. Schaut es euch nochmal an. Die Leute reden jetzt hier von einem Kehlkopfschlag und so, ja, oder in die Kehle. Ja, ist natürlich ekelhaft, ist ein ekelhafter Schlag, kann einen schon mal ein bisschen aus dem Konzept bringen. Aber das halt wirklich, was hier wirklich, wirklich Schaden angerichtet hat, war der linke Haken. Alle hier in Kampfsport Deutschland, Michael Smolik ist der größere, der längere Kämpfer, der bessere. Er hat seine Deckung komplett fallen lassen, weil er Angst vor diesem Körpertreffer hatte, hat sein Knie hochgezogen, hat seine Hände runtergenommen. Er hat jetzt nicht mehr die Möglichkeit rauszugehen aus dem Schlag, dadurch, dass er nicht beide Beine auf dem Boden hat, keine Beinarbeit zeigen kann. Und jetzt kommt der linke Haken. Er sieht den linken Haken, glaube ich, sogar schon. Und bumm, er trifft ihn perfekt am Kinn, vorne. Arna versiertere Striker. Klappt zusammen. War das ein Teil des Planes? Wolltet ihr das bewusst ablenken? Habt ihr bewusst auch auf die Hände von Edilson vertraut? Also er sagt, er kommt ja selber aus dem Striking, wie schon davor erwähnt gehabt. Er ist ein Capoeira-Meister in Brasilien, kommt auch aus dem Muay Thai, hat da auch ein bisschen viel Erfahrung eigentlich in dem Bereich. Aber dadurch, dass es hier MMA ist, ist er immer für alle Bereiche ready. Und da, wo der Kampf stattfindet, da ist er bereit, dann loszulegen. Er ist jetzt der Mann, genau in diesem Moment, genau hier, auf den ganz Kampfsport Deutschland schaut. Alle MMA-Fans schauen jetzt auf ihn. Deswegen hat er hier eine große Chance. Welche Aufgabe sucht er als nächstes? Hat er schon einen Gegner, gegen den er als nächstes antreten will? Also er sagt, für ihn ist es eine Ehre, in so einer guten Veranstaltung zu kämpfen, gegen so jemanden Starkes wie Michael Smolik die Möglichkeit zu haben, zu kämpfen. Er wird weiterhin jetzt zurück ins Gym gehen, weiter trainieren und egal, wer in seinem Weg steht, wird er bereit sein. Ja, starker Typ. Ey, Edilson Franker, respektvoller, korrekter Typ. Hat sich den Sieg auf jeden Fall verdient. Kann man nichts sagen, ja. Wie gesagt, Smolik muss einfach besser werden. Ganz einfach, wenn er wieder gewinnen will, muss er einfach besser werden. Ist das Einzige, was man dazu zu sagen hat oder sagen kann.